Das ist eigentlich lustig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt gerade eigentlich auf einem Niveau spiele, was ich so konstant, glaube ich, noch nicht gespielt habe und trotzdem so weit weg bin wie noch nie gefühlt von der Nationalmannschaft. Weil einfach sehr, sehr viele gute defensiven Mittelfeldspieler gerade gibt. Und wenn das denn stimmt, Philipp Lahm jetzt auch eine Option ist für die Sechs, dann wird es natürlich echt eng. Vielleicht nochmal umschulen auf Außenverteidiger, so noch neun Monate. Aber ich glaube, da hat er letztes Jahr schon so ein Stück weit angefangen, dass ich im Moment so auf meiner Traumposition spiele. So auf der alleinigen Sechs, glaube ich, ist einfach die beste Position für mich. Ja, wie es kommt, dass ich immer spiele, die Frage gebe ich gerne weiter. Ich glaube einfach, dass wir im Moment einen ganz guten Drive in der Mannschaft haben. Ich glaube, dass ich jetzt gerade auch sehr gut drauf bin in den letzten Wochen. Dass ich es auch durchhalte, auf jeden Fall alle drei, vier Tage an meinem Top-Niveau dran zu kommen. Und dann ab Samstag hoffentlich ein bisschen Ruhe bekomme.